Heyo Leute! Bekommst du Part 30 von Mafia! Part 30! Ja! Ganz so viel schon! Ja, los geht's! Warten wir hier wieder auf den LKW! Hoffentlich klappt es dieses Mal besser! Komm schon, du alter LKW! Ja, komm schon, Joe! Okay, er kommt! Schauen wir schon mal den Motor an! Wir fahren jetzt richtig dicht auf! Nein, machen wir nicht! Haben wir ihn schon mal überholt! Oh, steht der hier so tot blöd rum! Noch mal anstupsen, damit er los wird! So, dann halten wir jetzt an! Wir halten ihn hier auf! Das ist Papiere! Sehr gut! Ich treffe Sam und warte dann auf dich! Viel Glück, Tom! Ich brauche erstmal noch deine Hilfe! Wir müssen dieses Teil, glaube ich, erstmal noch ausladen! Nee, krug! Wir müssen hier! Dazu muss ich hier erstmal rein! Ich bin hier! Du bist so feige da oben mit deiner Thompson! Ich treffe ihn da durch! Ich treffe ihn da durch nicht! Ohne darf ich nicht rein! Ohne darf ich nicht rein! Pauli hat das Auto geklaut! Okay, jetzt habe ich nur nicht verschwendet! Egal! Jetzt muss ich noch eben schnell abladen! Jetzt muss ich noch eben schnell abladen! Sonst darf ich da nicht rein, leider! Ups! Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm! Das ist ja jetzt ziemlich krass alt! Keine Ahnung, ob ich da jetzt so ran fahren muss! Ich mache es einfach mal! Ich sehe hier nur nichts! Okay! Du tust mir ja wohl nichts mehr, alter Mann hier! Du tust mir ja wohl nichts mehr, alter Mann hier! Das koste Zeit, ey Mann! Ah, nein! Ah! Oh, és! Ah! 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 Ihr könnt doch auch weglaufen, wenn ihr wollt! Ich tue euch nix! Ich habe hier andere Probleme! Aber seid froh, ihr kriegt jetzt hier ganz viele Kisten umsonst, nur wegen mir. Achso, mhm. Das sind schon zu viele hier, auch kein Platz. Die auch einfach hier rausschmeißen. Hm? Und die letzte. So, jetzt sind wir leer. Und jetzt fahren wir dahin. Ja, chill. Stopp, Schild. Stopp, Schild. Damn. Das ist eigentlich ziemlich lahm Arsch-Mission. Da ist schon wieder Morello. Morello verfolgt mich, ich will Rache nehmen. Ich flüchte mit einem Bolt-Truck. Bloß keinen Fehler jetzt hier mehr machen. Nicht schon wieder die Cops. Papiere habe ich. Eigentlich müsste jetzt alles hernauern. Stopp, kann ich mit Ihren Papieren sehen? Natürlich, hier. Gut, fahren Sie weiter. Besten Dank. Ja, geschafft. Nur zur Erholung. Stehle alle Scorsi- Scorsis in Fortkissen. Sie müssten hier hinten irgendwo sein. Na, hier. So weit, so gut. Wo bist du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme. Hast du das erledigt? Ja, Chef. Boah, alle muss ich stehen. Heftig. Schau ich bestimmt nicht beim ersten Mal. Komm hier nicht rein, immer. Muss ich überhaupt rein? Nehm' ne Kiste los. Ne, muss ich gar nicht. Soll ich schon Vollzeit vertrödelt jetzt. Vielleicht kann ich ihn auch rausschalten, aber ich glaube nicht. Er ist da hinten irgendwo am Baum. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten darf. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch nie beim ersten Mal geschafft habe. Nimm los. Scheiße, ich glaube, er kommt. Wache, er kommt. Wache! Das war's. Ah, töte mich los. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn töten darf. Weiß ich jetzt nicht so genau. Er geht da hinten irgendwie an den Baum. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, einen Weltverschläger oder so dabei, aber... Keine Ahnung. Da kam es mir auch gleichverdächtig vor. Ich schalte mich noch mal an den ersten Mal. Kann auch noch Zeit bringen, keine Ahnung. Da sind sie. Das ist quasi See. Da stehst du hier rum. Wo gehst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Komm, komm, komm. So was kostet immer Zeit, wenn du die nicht richtig nehmen willst. Oh Mann, jetzt muss ich die Mission wahrscheinlich nochmal machen. Die ist doch da nicht richtig drauf. Nee, Mensch. Komm, komm, komm. Na, ne, 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 ne... Fuck, er kommt schon wieder. Fuck. Verdammte Scheiße, ey. Ich will ins Dichthöhten, so. Jetzt mach mich fertig, mach mich fertig, los. Bist du dumm oder so? Geht doch. Ich versuche ihn jetzt mal mit dem Baseballschläger überzuziehen, vielleicht klappt das. Ja, müssen wir uns nicht auch mal alles hier angucken. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ich versuche es einfach nochmal. Ich versuche es einfach mal zu tun. Ich versuche es einfach mal. Wenn ich ihn schaffe, ziehe ich ihn einen rüber. Komm, komm, komm. Ja? Ja, ich hab's geschafft, das jetzt! Ja! Nein, kannst du nicht! So! Ja, geschafft! Bis gleich, tschüss!